Servus Leute, jetzt filmen wir den Güterzug durch Fahrt in Großkotzenburg Leute, da ist da schon der Güterzug, seht ihr ihn schon? Da ist er schon Leute Da ist er schon So Leute, ich hoffe es hat euch mein Video gefallen, wenn euch das gefallen sollte, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert mich, weil ihr schaut es auch in den Kommentaren Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video, ciao